hallo und herzlich willkommen bei aktien mit kopf finanzielle freiheit durch logisches und langfristiges denken heute zu gast bei uns auf dem kanal dennis brammen von pietz meet hallo ja wir sprechen heute über gaming aktien oder über spiele oder über geld und finanzen allgemein keine ahnung wir reden über viele spannende sachen aber vielleicht kannst du dich erst kurz mal vorstellen für die leute die sagen hey ich schaue youtube noch nicht sehr lange weil ansonsten kennt ich glaube ich jeder oder wäre cool wenn dem so wäre aber ich bin natürlich immer dankbar dafür wenn wir reichweite weiter aufbauen können ja ich bin dennis von pietz meet wir machen youtube videos im bereich gaming hauptsächlich plus ein bisschen lifestyle technik kochen war zu nebenbei halt anfängt aber hauptsächlich gaming seit jetzt knapp etwas mehr als zehn jahren und alles was an company dahinter steht ist mittlerweile hauptberuflich mein leben sagen wir so wie es ist genau also macht ja youtube schon ein bisschen länger nicht erst seit irgendwie ein zwei jahren oder so sondern wirklich so die erste generation deutscher youtuber kann man sagen die dinos genau und ihr zieht das aber auch richtig durch es gibt ja auch viele die auf dem weg dann irgendwann mal aufgehört haben oder irgendwas ganz anderes gemacht haben aber nein ihr erfindet euch immer wieder selbst deswegen für alle leute die das thema gaming interessiert aber auch wie man hört gerade auch ein paar andere themen wie zum beispiel kochen die sind da gut aufgehoben aber warum du heute hier bist das ist natürlich auch was ganz spannendes weil ich bin immer wieder begeistert oder überrascht wie viele dann auch andere sage ich jetzt mal in gänsefüßchen youtuber auch in aktien investieren und dazu hatten wir ja auch schon bei euch ein podcast gemacht jetzt bist du heute an der reihe und kannst erst mal ein bisschen erzählen wie bist du denn zum thema aktien und börse gekommen und war also also ich habe bwl studiert ursprünglich mal in den niederlanden und da war natürlich aktien so ein teilbereich wie das halt so immer ist wenn man wenn man halt bwl studiert aber so richtig kontakt damit habe ich das erste mal ich habe nach dem studium bei der gerisheimer angefangen das ist ein mdax unternehmen und die machen halt so medizinische fläschchen fläschchen und so epipens zum beispiel für diabetiker und so geschichten das so ein richtig typischer hidden champion auch weil die machen nichts anderes außer genau das halt und war dann im personalcontrolling und aus einer anderen abteilung eine dame die hatte mir dann erzählt dass sie halt bei ihrem broker damals bei der sparkasse weise sogar noch gerisheimer gerisheimer eigentlich aktien auch gerne hat und dann habe ich mich damit das erste mal so beschäftigt nach mir so na gut ich arbeite hier ich weiß wie läuft finde ich eigentlich gar keine geschichte diesmal habe dann für ich glaube 70 80 euro knapp habe ich meine ersten aktien ever gekauft ich weiß gar nicht mehr wie viel ich dafür damals gekriegt habe der kurs war glaube ich gar nicht so hoch pro share ja das war mein erstes mal dass ich überhaupt aktien gekauft habe und habe dann paar euro mitgenommen auch nur weil super nervös und oh gott zwei prozent drauf soll ich jetzt schon verkaufen ist das übliche halt genau und wann war das ungefähr jetzt vor zehn jahren knapp also 2011 oder baut 2012 irgendwie so okay und das war dann so der startschuss war das dann eher sowas so nebenher was du einfach gemacht hast neben dem beruf dort oder war es dann wirklich so krass das ist so eine möglichkeit langfristig richtig was zu reißen und ich beschäftige mich jetzt richtig viel lese bücher arbeite mich da rein und so weiter das wäre sehr klug gewesen weil dann hätte ich jetzt noch mal deutlich mehr jahre vorsprung gehabt aber ne war bei mir leider nicht der fall sondern ich habe dann das so ein bisschen nebenbei gemacht aber nie und dann angefangen richtig zu arbeiten das erste mal richtiges geld verdient kurz daraufhin habe ich ja dann quasi alles das schon wieder über bord geschmissen habe gesagt okay ich fange bei pizmeat an oder nehme dieses projekt jetzt wahr mache mich selbstständig und eine company mit peter und den jungs und so weiter und so fort und bin zu dem thema so richtig deep dann aber erst nach drei oder vier jahren gekommen wo ich mir dachte hey du könntest ja mal gucken wie kann was kann ich eigentlich mit kohle machen wenn sie rumliegt weil wir hatten das erste mal auf unserem firmenkonto eine äquivalente summe liegen hauptsächlich halt für steuern erst mal wenn ich ganz ehrlich bin so ein steuergeld zur seite gelegt haben wir das bezahlt und dann hatten wir aber ganz am anfang noch waren wir so richtig so gar nicht so richtig mit steuerberatung und so es lief alles noch so mehr oder weniger leg mal die hälfte weg so aber keiner bezahlt hat die hälfte am ende wenn du es vernünftig machst und dementsprechend hat mir einen guten haufen geld da liegen und meine idee war so okay wie machst du das denn jetzt also was machst du damit jetzt und ja gut verballern werden die möglichkeit gewesen klar oder halt vielleicht ein bisschen anfangen für die zukunft vorzusorgen und dann habe ich mich angefangen mit diesem thema zu beschäftigen bin dann halt auch warren buffett gestoßen dadurch dann halt auf benjamin graham dann intelligent investieren habe ich auch im podcast erzählt schon mal dann gelesen und mich dann da so lang gehangelt natürlich auch mit vielen youtube videos irgendwann auch eine masterclass besucht bei adam kuh also das ist alles keine werbung war also ihr könnt ja auch alle scheiße finden ist mir egal aber eine masterclass besucht dann sogar noch eine zweite masterclass besucht und eine dritte und dann immer peu a peu da weitergemacht weil ich gemerkt habe da kannst du viel reißen aber einfach nur so geld in den etf schmeißen und gehen wollte ich dann auch nicht sondern ich wollte schon wissen was tut mein geld gerade und dann hat es mich gekriegt bin ich ganz ehrlich da mal so ja kommt ganz ehrlich so schwer kann es jetzt nicht sein den markt auch zu performen oder ja okay alles klar challenge accepted und dann ab dafür okay ja bei diesen bleiben wir mal ganz kurz bei diesem thema masterclass und so es gibt ja da die unterschiedlichsten angebote im netz also die klassischen börsenbriefe bis hin zu so mitgliedschaften irgendwo mit 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 online content und so bis hin zu sagen wirklich teuren seminaren und und auch richtigen kursen und so da gibt es ja auch im deutschsprachigen raum sage ich jetzt mal so einige sachen die ich eher grenzwertig finde mich würde es interessieren was hast du dort dann damals zum beispiel gelernt und hast du das auch dann wirklich angewendet aus dieser masterclass und dadurch eine rendite erzielen können ja habe ich also das war relativ teuer ich glaube 3500 dollar hat der erste kurs gekostet und der zweite sogar 7000 dollar der ist aber geleitet worden von adam kuh den muss man nicht kennen ist halt ein investor aus singapur und der war steht bei der forbsliste ich glaube auf platz 25 oder so für für asia also das super reich und so ich dachte mir halt wenn ihr ein reicher erzählt wie man reich wird halte ich da mehr von als wenn mir ein armer erzählt wie man reich wird so wie ich halt im kfz mechatroniker mehr vertraue dass der mir über autos erzählen kann als wenn du mich fragen würdest einfach und er abgesehen davon dass es ein hochkomplexes thema sein kann hat er viele analogien gefunden die zumindest für mich sehr gut waren hat trading strategien dahinter gesetzt mit einem guten risk to reward ratio und mir überhaupt erst mal dieses konzept von risiko zu rendite und begrenzung und multiplikatoren nach oben nahe gebracht weißt du viele machen so ja ich lege irgendwie geld in etf warte geil aber nimm doch mal gewinne mit so nach dem motto wenn du oft genug gewinne mitnimmst und dann geht das so erst mal so in richtung swing trading wo dann so aktien gehalten werden über zwischen irgendwo drei bis 14 tage in der regel und damit habe ich echt das mache ich jetzt immer noch aber habe ich richtig richtig viel geld verdient muss ich ganz ehrlich sagen da also nach der ersten woche hatte ich geld wieder raus für den kurs okay das war richtig stark ich habe alles an die hand bekommen ich möchte gar keine werbung davon machen weil das soll jeder selber wissen und ich will auch nicht andere kurse machen aber ich fühlte mich danach wirklich gut aufgestellt und ja ist auch komplett auf englisch natürlich aber ja und war auch irgendwie ein bisschen shady wenn ich ganz ehrlich bin so am anfang so ja aber weiß mal irgendeinem typen in singapur 3500 dollar weißt du so zumal ist ja eben auch oft nämlich leider so ist also grundsätzlich gehe ich mit mit dir dass man sagt okay jemand der richtig selber sehr viel geld hat dem ist es logischerweise besser zuzuhören wenn er irgendwas über über das thema sagt aber erstens muss ich dazu sagen es gibt sehr viele reiche leute die von aktien und börsen überhaupt keine ahnung haben und ziemlich viel mumpels erzählen und auf der anderen seite gibt es auch sehr viele leute die so tun als wären sie extrem reich oder es vorgeben oder ist zumindest nach außen so kommunizieren und da will ich nur immer sagen leute müsst ihr ein bisschen so aufpassen dass ihr nicht so so leuten irgendwie auf den laien geht die einfach irgendwas erzählen und dann aber gibt es keine geld zurück garantie aber wie man sieht gibt es auch auch angebote tatsächlich die die gut funktionieren können aber ich schätze mal das ist auch eine sache wo man dann halt auch wirklich ja arbeit und energie reinstecken muss was halt nicht einfach so nebenher läuft ja allein der video teil zum beispiel waren 48 stunden material also nur der video teil da war ja noch nichts anderes mit dabei also das ist schon das ist immer nicht so ja ich mach mal zehn minuten sondern es halt wie bei dir ja auch und das verstehen ja viele nicht es ist echt ein echter job es ist arbeit geld zu verdienen der fliegt es halt nicht zu das kommt halt nicht einfach und dann wächst du und deswegen verstehe ich halt auch so leute nicht die dann sagen ja ganz ehrlich der hat sein geld an der börse verdient so nach dem motto als wenn das keine leistung gewesen wäre weißt du ja gut das sowieso also es gibt ja aber auch unterschiedliche strategien also mein ansatz ist schon eher so dieser passivere zu sagen ich lass die börse für mich arbeiten und ich bin jetzt nicht den ganzen tag drin und versuche aktiv irgendwo geld rauszuziehen aber so wie ich das bei dir jetzt schon mal so so mithöre bist du eher so dann was aktien angeht auch so jemand der der aktiver kauft und verkauft ist es nicht so ewig viel viel rumliegen lässt oder wie würdest du dich strategisch so einordnen ich würde sagen also ich bin mehr als die hälfte meines portfolios ist definitiv long term value investing und dann ist es halt so abgestaffelt bei mir vielleicht eine kurze aufschlösung zu geben ich würde sagen so round about 80 prozent ist wirklich so companies die ich also natürlich gibt es so klassische seiten die machen so eine art value investing nach benjamin graham oder ähnliches wo dann so den aktuellen kurs machen kannst dann discounted cashflow und so weiter okay ich habe mir noch so ein bisschen so ein eigenes tool gebaut wo ich nie sagen kann natürlich ob das gut oder schlecht ist aber das entspricht zu meiner logik dahinter einfach so was muss zurückkommen wie viel muss unternehmen wert sein damit ich was bereit bin dafür zu bezahlen das sind so 80 prozent würde ich ungefähr sagen das ist aber so wie bei dir ich kaufe eine sache setzt die sache mit einem trailing rein ich bin großer freund von trailing man sich kurz erklären ja natürlich also nehmen wir zum beispiel ein ganz klassisch ding du kaufst google eben für 2000 dollar und gibt es ein trailing rein du kannst es entweder dann in euro nicht in euro in einem amount sagen also wenn du in euro handelst dann in euro sonst in us dollar oder was auch immer oder ein prozent und zum beispiel sagen zehn prozent nach unten gebe ich der aktie luft und wenn das wenn die aktie aber nach oben weiter steigen sollte über den betrag über diesen trailing betrag zum beispiel von 2000 an und die geht auf 2010 und auf 2020 dann werden halt diese zehn prozent immer vom neuen betrag nachgezogen so dass halt mein stop loss sich automatisch nachzieht wenn aber der preis sinkt bleibt es stop loss durchschlägt ist das stop loss fliegst du halt raus und solltest dran vorbeischraben und noch mal weiter und zieht das trailing automatisch nach genau da fahr ich ganz gut mit wenn ich ehrlich bin weil ich habe immer angst vor so einem corona dip jetzt nicht weil ich das die angst habe dass sich das nicht mehr holt da gehe ich stark von aus inflationäres geldsystem in dem wir sind und so weiter und so fort da habe ich überhaupt keine angst vor aber ich würde halt gerne den dip mitnehmen und mit dem nee den will ich mitnehmen also den werde ich nicht perfekt trifft treffen aber zb bei corona ich bin bei corona ja auch es ging los dann im märz anfang april nee anfang märz sagen ich bin überall raus geflogen war das erste mal im leben wieder komplett in cash und dann hast du irgendwann ein video gemacht und dann hat adam video gemacht und seite wo die leute anfingen so leute auf die die auf die ich gehört habe und wo ich meinte okay diesen authentisch ich steige jetzt wieder ein dann habe ich mir noch ein bisschen angeguckt so klassische chart techniken okay williams a liegt ist es weit unten wir sind im oversold market ja du willst es halt nicht perfekt treffen ganz niemand trifft immer perfekt ja aber ich habe ganz gut getroffen bin dann am 16 märz was glaube ich wieder rein ja und war eine super entscheidung dann ist natürlich noch mal so irgendwie nachgedippt und so natürlich kriegt man vielleicht auch mal das flattern aber im großen und ganzen war es eine gute entscheidung ich dachte wenn du 30 prozent verloren hast selbst wenn der dip jetzt noch auf 50 geht oder so ja gut das halte ich aus emotional und da möchte ich dann halt irgendwie mitspielen weil natürlich erwarten können ein halbes jahr da wäre ich wieder auf plus minus null gewesen aber so diese großen dips mitzunehmen da sehe ich mich dann doch also dann ist aber immer die herausforderung ja auch beim beim stop loss wie eng man den setzt so weil sonst wirst du ja sozusagen bei jedem kleinsten bei jeder kleinsten markt bewegung schon raus gestoppt und da kann man natürlich dann auch sehr viel aus diesem stop loss eben ein stop win machen wie wie peter lyncher geschrieben hat wurde dann eben halt besonders ärgerliche situation hast du hast irgendwie auf die richtige aktie gesetzt und bist aber nicht mehr mit dabei obwohl du eigentlich korrekt analysiert hast absolut ich gehe ich habe tatsächlich ein relativ großes spektrum kann ich offen sagen in der regel sind irgendwo so 9 947 prozent ich weiß super krumme zahl ich kann nicht genau sagen wieso es ist aber diese zahl und da bin ich vielleicht ein bisschen abergläubisch es dürfte nicht zehn prozent sein es musste was anderes sein also dass die zahl geworden okay jetzt hast du ja aber auch schon erwähnt okay du hast also einen teil hast du eher also eigentlich wie ja fast jeder von uns das macht so ein teil irgendwie eher in so so long term orientierte auch vielleicht etfs oder so weiß ich gar nicht kann es ja gleich noch sagen oder halt eben andere aktien und dann eben auch so ein bisschen aktivere strategien mit dabei wie würdest du insgesamt so die aufteilung machen wenn du jetzt deine gesamte allokation betrachtest also jetzt mal die firma kurz beiseite gelassen irgendwas so im bereich aktien immobilien kryptowährungen und so weiter weil ich glaube da machst du ja auch ein bisschen oder mache ich ja also wenn wir jetzt mal ps und alles das weglassen dann ist so von meinem anlagevermögen also pizmeat die companies und so weiter wir haben noch eine holding gesellschaft die ein bisschen investiert und so aber wenn wir das mal weglassen das ist bei mir so sagen 18 80 prozent roundabout sind so value aktien die ich raussuche ich bin da tatsächlich sehr tech affin das ist nicht immer perfekt weil jetzt gerade der nasdaq zum beispiel komplett auf die fresse kriegt ich weiß im nasdaq sind nicht nur tech aktien aber der hat ja trotzdem ein grobes bild dafür da bin ich dann schon schon so in die richtung mit dabei und achte so long term dann so fünf prozent sind halt vielleicht auch mal sieben prozent aber eher so richtung fünf prozent ist komplett yolo gamestop spiele ich mit habe ich bock will ich mitmachen investiere ich zwei dreitausend euro von mir aus oder von mir aus immer fünf und ja die sind dann halt entweder weg oder wie im fall von gamestop hatte ich glück da bin ich mit sieben eingestiegen habe mir eine option gehebelt damals auf den höchsten kurzen die bei 67 bin ich raus also richtig ja also genau aber so das ist für mich persönlich dann a der betrag ist vertretbar in relation zum gesamtportfolio b war es halt auch ein bisschen analyse ich habe halt vorher mit google transfer gearbeitet mir angeguckt okay da entwickelt sich gerade so ein momentum in in auf der social media seite und erfahrungsgemäß ist die marktkapitalisierung von gmi ist nicht so hoch gewesen so dass drei millionen leute allein aus dem reddit ohne probleme den kurs bewegen können wenn die alle in die gleiche richtung rennen dabei bei einer allianz oder so oder bei einem volkswagen oder bei tesla ist es nicht so einfach weil die markt die marktkapitalisierung so viel höher ist dann bewegt sich der kursheit nicht so schnell so das mache ich dann crypto bin ich ein bisschen mit drin da bin ich aber schon 2016 beziehungsweise ende 2015 eingestiegen da halte ich kann ich auch ganz offen sagen ripple zum beispiel bis heute 24.000 stück von damals sechs cent gekauft ich weiß es gar nicht wenn ich ganz ehrlich bin ich vergesse immer wieder ripple kurs ganz schnell geguckt liegt gerade bei ein euro drei okay also auch eine super rendite gemacht bisher definitiv aber da ist das ziel ich habe ein cell also ich habe eine cell order drin 1000 dollar okay pro stück darunter ist mir egal entweder die füge bis dahin und wenn die dazwischen schwanken dann behalte ich die für immer das mit einer latze das hast du ja auch gemeint glaube ich ne genau ja das ist aber schon wirklich lange her habe ich mal 20 bitcoins gemeint damals auch bei meinen eltern zu hause da gewohnt habe aber die habe ich damals halt für 20 25 euro oder so habe ich die vertickt und habe mich halt wie kaiser gefühlt schon also ärgere ich mich auch nicht drüber weil selbst wenn ich die damals bei 20 verkauft hätte spätestens bei irgendwie dem ersten mal wenn die 100 geknackt hätten ich gesagt okay weg damit 2000 euro alle ganz ehrlich ja wie doof ist das mit ich habe 2000 ich habe meinen rechner 15 minuten laufen lassen habe 2000 euro verdient so aber deswegen ärgere ich mich da nicht drüber aber ja das hatte ich auch mal aber krypto ansonsten mein krypto portfolio ist sehr divers ich habe da so ein bisschen mit gehypt damals weil es auch so eine krypto gruppe drin war hat mich davon anstecken lassen manches war klug manches war nicht so klug ich glaube dann viele auch ein bisschen geld verloren ja unterm strich liebet jetzt aufgrund von ripple und ethereum die ich gehalten habe ganz gut aber hey weil glück und nicht können gebe ich ganz ehrlich zu aber ist halt okay weil es halt eine kleine position war im wertpapier wie gesagt genauso wie mit optionen ist eine kleine position und dann mache ich so wie sagt zehn prozent sind dann noch mal so ja also aktiveres trading in form von swing trading so nach ganz klassischen technik charts methoden in form von du nimmst ein pullback alles klar stop loss wird drunter gesetzt ganz klare regeln gewünscht und regelwerk wo schon darüber nachgedacht habe das eine computer beizubringen damit er das für mich macht und dafür dafür benutzt aber nicht mehr den sparkassenbroker oder wo tradest du dann so eher aktiv was 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 nutzt du da so nutzt du dann so interactive brokers oder okay ja da bin ich bei interactive brokers obwohl die nicht die besten gebühren haben ist mir durchaus bewusst die sind relativ teuer aber aber der summe die getradet wird fällt das nicht so ins gewicht bei mir wenn ich ganz ehrlich bin und die haben keine depot gebühr das war mir wichtig weil flattex war früher so mein long term hold sag ich mal für so deutsche post zum beispiel und ähnliche geschichten oder meinen ersten amazon shorts wo ich komplett mit auf die fresse geflogen bin habe ich darüber gemacht ja also wer hat dir die plausen in den kopf gesetzt dass du amazon shorten soll immer so in 500 euro oder so er bekannte keiner erzählen zum damaligen zeitpunkt dafür nicht komplett in den sternen schon sind ja okay jetzt sechs jahre zehn jahre später ich weiß gar nicht mehr genau wann die da standen ja sehen wir ja wo die stehen hey nicht jeder macht nur gute entscheidung ist aber auch okay habe ich natürlich komplett mein geld verbrannt und irgendwann habe ich habe ich tatsächlich noch gar nicht erzählt ich bin an margin gecolt worden bei amazon sogar ja weil ich habe immer so ne komm morgen fels morgen fels morgen fels und dann gab es natürlich also amazon ist ja auch nicht so straight gestiegen sondern die sind ja dann auch immer so ganz normal wie eine aktie gestiegen und immer bin dann aber zu dieser dieses retracement kommt also alles klar jetzt geht's los dennis du hast richtig gesetzt jetzt geht los oder hast du so auch schon mal so drei vier tage in folge und denkst du so nice von 550 525 jawohl ich wusste es genau die schweine das ist überhaupt nicht sinnvoll was sie da gemacht haben ja jetzt kommen wir zu einem richtigen kurs ja dann so 505 zack 600 also ja reden wir nicht drüber war nicht klug definitiv nicht dann warst du schon kurz davor so ein lehrverkaufsbericht zu schreiben und zu posten bei twitter damit auch die anderen alle verkaufen das war eine eher schlechtere erfahrung und 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 was war so deine beste investmenterfahrung bisher war das dann wirklich so was wie ripple oder hast du auch bei aktien irgendwie eine aktie oder ein eine erkenntnis wo du gesagt hast bord habe ich was analysiert so vom denken her irgendwie die firma hat potenzial habt es gekauft und dann ist es so genau so gekommen wie du so gedacht hast ja habe ich also rein auf aktienbasis ist bei mir definitiv die deutsche post die habe ich auch relativ früh gekauft zu einem günstigen kurs geschossen ich habe jetzt bevor wir uns hier unterhalten noch mal nachgeguckt das war sogar 2013 zu 18 euro und ich dachte mir halt so die ist ja dann wieder so gedippt und so und dachte ja könnt ihr wieder dippen aber eigentlich werde ich fest davon überzeugt das hat modell der deutschen post unabhängig davon ob da alle darüber meckern immer meine post kommt nicht in der dhl boten nicht und bla bla dachte ich mir kommt ganz ehrlich die leute bezahlen immer mehr online ich hatte die amazon geschichte schon hinter mir so weiß alles klar das eigentlich gibt es für das ganze nur eine richtung außer die post wird von einem konkurrenten abgelöst und da habe ich in deutschland nicht so also klar ist so hermes und so auf dem schirm gehabt aber die sind so weit weg ja so und dann ja das war definitiv ein guter gewinn ich meine stehe mittlerweile bei 51 euro war kann man nicht meckern dafür dass ich nichts getan habe plus dann plus dividenden arbeit sich so viel dividenden also post ist jetzt nicht der mega dividenden zahler aber immerhin ein bisschen und dann mir bei sowas wie gme du hast gerade was gesagt auch dann da warst du dann aber musstest ja auch ziemlich früh dabei gewesen sein weil ich glaube so sieben dollar oder sieben euro da hast du also schon bevor das irgendwie jetzt in der breiten öffentlichkeit dann auch immer immer mehr diskutiert wurde und dann irgendwann die die elon musk tweets kamen und so hast du das schon vorab dann irgendwie bei reddit auch verfolgt gehabt oder oder wie bist du dazu gekommen haben nicht okay also weil jetzt nicht nur reddit so sondern es geht sondern ich habe wir haben ein tool geschrieben tatsächlich um social media aktivitäten von aktien nachzuvollziehen schon vor längerem und du hast dann auf einmal so peaks gehabt von aktien die keine sau kennt und das war dann so ganz klassisch bei the rumors tell the news und ich dachte mir halt so okay gamestop ist zwar auch so im stetigen downfall aber wenn du jetzt von mir aus 5000 euro reinsteckst auf eine option jolost und jetzt nicht irgendwie sagst auf zwei wochen sondern halt einfach mal sagst irgendwie von halbes jahr in den optionen holst dann dann knallt das tether auch nicht so das täter nicht so hart rein natürlich verlierst du mit jedem tag verliert die option an wert solange sie out the money ist klar müssen wir nicht drüber reden aber es knallt trotzdem nicht so hart weil der weil die letzten 30 tage sind ja eigentlich immer die wo 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 dann richtig der wertverlust ist und ja das habe ich dann gemacht ich weiß gar nicht mehr ich bin ganz ehrlich ich glaube der 40er call war das höchste zum damaligen zeitpunkt oder der 30er ich bin mir nicht mehr ganz sicher müsste ich nachgucken aber bei 67 dollar bin ich dann mit meinem trailing rausgeflogen aber okay okay war fett ja glaube ich dir ja und bei gamestop ich meine es ist ja auch ein unternehmen was ich sehe jetzt bei dir im hintergrund gerade die die controller was ja auch bei dir sozusagen in einem circle of competence ist wie warren buffett sagen würde wie wie ist es denn allgemein wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr auch so über diesen gaming und videospiel sektor sprechen wo du ja auch sehr stark involviert bist und sehr viel mitbekommst auch was sind so die aktuellsten trends weiß ich ob du zb auch mit mobile dich viel beschäftigt dort und ist es auch eine sache wo du versuchst dann als jemand der der sehr viel auch von seiner community wahrscheinlich mitbekommt oder auch von branchen insidern dass du versuchst das dann an am aktienmarkt wieder abzubilden zu antizipieren und dann zu profitieren okay also absolut gerade so bei den großen drei ea activision ubisoft so bin ich eigentlich immer mal drin mal draußen wir spiel halt die spiele fast alle spiele von fast in diesen companies immer mal wieder und kann auch wenn ich ein spiel nicht mag ja zum beispiel bestes beispiel ist so ich bin kein star croft fan überhaupt nicht trotzdem kann ich objektiv sagen dass ein fantastisches spiel ist hat top bewertung verdient es ist grandios und diese kompetenz ja aber diese kompetenz spreche ich mir einfach mal nach zehn jahren in dieser branche zu dass ich halt einschätzen kann auch wie gut oder schlecht ist auch wenn ich selber nicht spielen würde und das merkst du dann halt schon so du hast dann den vorteil anführungszeichen dass du sehr nahm geschehen dran bist du kommst mit ob spiele geil sind ob die gehypt werden und so weiter und sofort und ja dann kriegst halt sowas mit wie pokémon go ja war ich früh dabei bei nintendo ubisoft als vivendi kam und die kaufen wollte war ich sehr früh mit dabei habe ich dann auch gewinne mitgenommen also ich habe mir immer angewöhnt auch mal gewinne mitzunehmen und nicht immer nur laufen zu lassen activision blizzard blizzcon kommt ich dachte oh gott alter diablo immortals wird überhaupt nichts weil meiner meinung auch das marketing nicht gut war so die hätten halt sagen können diablo 4 kommt einfach nur mit so einem diablo 4 weißt du und dann so aber bis dahin haben wir was anderes für euch und dann so ein handy spiel zeigen die stimmung werden ganz andere gewesen als wenn die gesagt hätten einfach nur alle der diablo kann begangen zu sagen wissen wir noch nicht aber hier ist immortal zu euch weißt du das wird so der neue scheiß das war direkt dann so down und das haben sie nicht gemacht und dann wusste direkt alles klar der kurs der wird definitiv rutschen direkt verkauft bin raus und war richtige entscheidung und nach dem rutsch kannst du dann auch wieder einsteigen weil ja ganz ehrlich dann rutscht irgendwie die aktie auf einmal um zehn prozent oder 15 prozent nach so einer news das ist ja überhaupt gar nicht die realistische wertentwicklung die dahinter steht die unternehmen ist ja nicht 15 prozent weniger wert weil die diablo immortals rausbringen weil auch noch sich wahrscheinlich blendend verkaufen wird beziehungsweise über den über den ingames shop eher weil es ja umsonst aber darüber blendende zahlen generiert wird also das ist ja dann nur emotion und so emotionen verkaufen ja das passt halt zu computerspielen bist halt dabei cyberpunk zum beispiel gutes beispiel du hast ein grandioses spiel dann setzt sich in der branche durch überall bugs 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 ja alles klar raus das city project die stimmung die also das spiel wird nicht schlechter die verkäufe sind trotzdem grandios aber alle so bugs 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 die stimmung kippt alles klar dann bin ich weg und dann steigt es dann später wieder ein so wenn ihr mit dem nächsten projekt kommt dann geht es wieder los also ich muss auch sagen bei 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 cyberpunk und bei cd projekt ich hatte das ein bisschen unterschätzt wie hoch dieser extreme hype faktor nicht jetzt fürs spiel insbesondere sondern für die firma ist im sinne von ihr seid so die letzten edlen ritter die uns gamer im endeffekt nicht verarschen und ich glaube das ist eigentlich so der der größte grund warum wahrscheinlich viele gamer die die aktien gehalten haben sich dann irgendwie davon verabschiedet haben nicht unbedingt weil sie in dem moment so enttäuscht vielleicht von dem spiel an sich waren sondern so im endeffekt enttäuscht von diesem ihr habt uns was gegeben was nicht fertig war und wir dachten ihr wird anders ihr wird so die letzten die nicht sind so sind wie ea und wie die anderen alle und so weiter und wir sind jetzt so enttäuscht deswegen dass sie dass sie es sozusagen komplett in die andere richtung übertrieben haben in dies vorher nach oben ging ja und und da kann man auch sagen ich meine der gaming markt ist schon so ein spezieller und wie du selber gesagt eine firma die wird die wird sozusagen nicht immer nur danach bewertet ob sich ein spiel gut verkauft oder so sondern auch so ein bisschen danach wie emotional man sich jetzt gerade auf einer linie mit der strategie des 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 ceos oder der firma sieht ich meine so dieser ich glaube bobby cortic oder so von von activision wenn man sich so videos von manchen so streamern oder youtuber anschaut über den dann müsste man denken das ist der teufel höchstpersönlich und 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 bloß raus aus der aktie und trotzdem ist activision hat neben nintendo glaube ich das größte gaming unternehmen aktuell sogar noch größer als ea oder in der aktive ja also activision ist gigantisch ich meine fifa und madden also werden halt für den amerikanischen markt gerade mit alte alte team und so geschichten ist eine geldtruck maschine ja also jetzt mal moralisch weg ob das jetzt glücksspiel ist oder nicht bewerte ich jetzt mal gar nicht einfach rein von den nackten zahlen da wird richtig viel geld mitgemacht die spiele sind gut fifa ist ein gutes fußballspiel klar hat jedes fifa von mir seine macken und manchmal back und so weiter aber fifa ist das beste fußballspiel was du so kriegen kannst aktuell und natürlich jetzt werden die leute sagen oh hier was hier mit pro evo ich bin nicht mal also ich hasse fifa ja ich sage das hier ganz offen ich hasse fußballspiele ich hasse sie und trotzdem würde ich sagen ja und trotzdem würde ich sagen fifa ist das beste also wenn du es aber magst und liebst dann ist fifa das beste kompenspiel dafür oder videospiel generell und das ist einfach so und dementsprechend du kannst halt nicht ausweichen auf pro evolution die haben die marken nicht ja du findest natürlich viel geiler wenn ronaldo dein tor schießt als wenn christian ponaldo das schießt ja sondern es ist halt ja es ist halt c7 oder wie der dann heißt ja der dann gemacht oder messi und du hast mit messi die tricks gemacht und nicht mit lessi oder so also ja ist halt ein emotionales ding der border collie was war das nochmal für ein collie glaube ich ja es war glaube ich nur aber das ist auch eine sache auch gerade finde ich immer nicht nur kann man sehr viel lernen auch für alle anderen branchen und zwar dieser unterschied ich gucke auf ein produkt ja oder auf etwas als konsument oder ich gucke auf dieses produkt oder auf etwas als investor und es gibt manche sachen davon bin ich überzeugt als investor und als konsument wie irgendwie zum beispiel apple die ich gerne nutze zum arbeiten aber auch die aktie zum beispiel gut finde aber es gibt auch wie du selber gesagt hast es gibt manche gaming unternehmen von denen habe ich noch nie ein einziges spiel gespielt und bin trotzdem extrem überzeugt von dem unternehmen oder von der strategie was die machen und da muss ich halt beurteilen okay wie beurteilt denn der markt das spiel wenn ich jetzt zum beispiel frostpunk mir nehme weiß ich ob du das kennst wahrscheinlich ja und wenn ich dann wenn ich mir dann die reviews anschaue und einfach so bei jeder instagram nachricht die ich von jemand bekomme die der mir schreibt und sagt ey ich komme aus diesem spiel nicht mehr raus wenn ich es spiele und ich liebe das einfach und so dann muss ich nicht als investor beispielsweise unbedingt es selber gespielt haben um dann die die aktie bewerten zu müssen ja das heißt man muss sich so als investor auch manchmal so anders rauf schauen als aufs produkt also ich habe immer so dieses klassische beispiel dominos pizza wo irgendwie leute immer du postest eine aktienanalyse dazu oder so und viele leute schreiben so eklig die pizza und mcdonald's schmeckt so eklig und so ja aber die den aktienkurs und die rendite die schmeckt nicht eklig ja ja also da muss man auch so ein bisschen differenzieren finde ich ja absolut da musst du definitiv differenzieren natürlich musst du mit dir selber ausmachen ob du das möchtest ja keine ahnung waffen zum beispiel rheinmetall oder ähnliche ob man da rein investieren möchte muss man halt für sich selber klar machen gleich ist halt von mir aus mit dominos oder mcdonald's ist man der meinung halt dass man trotz guter zahlen das ethisch nicht vertreten kann okay dann machst du es halt nicht ist ja auch okay und du musst das essen auch nicht schmecken die muss das essen auch nicht schmecken aber fakt ist das funktioniert ja was gut oder schlecht ist liegt ja auch gar nicht in der bewertung dahinter sei mal ganz ehrlich ja das ist halt ein zahlenspiel funktioniert steigt die aktie funktioniert nicht gehen die insolvent ja ja und andere sachen noch zum thema gaming aktien hast du auch so ein paar eher so underdogs oder kleinere firmen die du die du auch gern dort ab und zu tradest oder sagst du wirklich okay ich konzentriere mich auf die großen irgendwie und gibt es denn so neben blizzcon und und anderen sachen auch irgendwie so andere sachen die noch deinen entscheidungsprozess beeinflussen also zum beispiel vielleicht macht macht ihr so was wie ein austausch untereinander in dem pizme team und und sagt ja auch zum beispiel wir investieren jetzt zum beispiel mit unserer holding in eine gaming aktie oder oder sind da so andere gespräche wichtig oder 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 was was beeinflusst ich noch dabei also wir als team investieren ja gar nicht also ich bin ja aus unserem team der einzige der so richtig viel mit aktien macht die anderen einfach nicht so viel das interesse dran und das ist auch absolut okay aber nichtsdestotrotz enthalten wir uns aufgrund uns des jobs sehr viel über videospiele und zwar aber eigentlich schon ziemlich jedes große oder was groß werden könnte was rauskommt und bei vielen weißt du dann ja auch direkt im hintergrund steht eine ag hinter oder ist es halt irgendwie von drei leuten gemacht wo du eh keinen anteil dann kaufen kannst aber wenn es nach g ist dann kannst du halt direkt wieder sagen okay cool wenn es rauskommen wird in so hast du es irgendwie schon früher gespielen können oder du merkst halt wie sich so langsam so ein hype entwickelt bei spielen bestes beispiel ist ja fortnite es kam damals raus mit diesem singleplayer modus und dieser story und so und alles schmutz ja und dann haben sie diesen battle royale modus gemacht ich war nie ein fortnite fan privat aber ich konnte sagen das ist grandios diese idee ja und hat dann funktioniert und dann bist du halt dabei epic steigt alles klar vielen dank ja und ähm epic games ist glaube ich bei ten ist glaube ich irgendwie die sind nicht selber an der börse aber aber sind glaube ich irgendwie bei über tencent indirekt oder so ich habe es mir noch nicht genau angeschaut aber ist ja auch ein faktor jetzt der bei mobile da komme ich aber gleich noch zu was mich aber vorher noch interessieren würde und zwar was hältst du eigentlich von roblox und dieser ganzen entwicklung und wie siehst du so dieses konzept von denen roblox ich bin investiert und nicht mit einer kleinen summe ich glaube unabhängig davon dass die relativ spät an die börse gegangen sind im sinne von also die hatten entabliertes geschäftsmodell hatten schon unendlich viele kunden und auch aktive player und ich weiß halt nicht ob das wachstumspotenzial nach nach oben so hoch ist aber ich glaube dass deren monetarisierungsoptimierung noch eine zeit lang steigen wird und wir dadurch gewinne sehen können weil die sind ein geiles unternehmen ich hasse roblox ich finde dieses spielprinzip dahinter komplett zum kotzen und wenn ich jemals ein kind haben sollte wird es auf keinen fall roblox spielen dürfen weil es eine komplette abzocke ist ja aber ändert nichts daran dass das smart ist und geschäftlich wahrscheinlich funktioniert es hat halt diesen app also gaming apps die einen irgendwie abziehen wollen auf den pc noch mal gebracht in gut und hat halt auch dieses reward system dass leute halt sich ja dahinter setzen weil die ja dann so anteile daran bekommen können kannst du dann selber im spiel level machen und das kann ich verkaufen wenn einer bereit ist mit 200 euro dafür zu geben dann krieg ich halt mein share davon und ich glaube dass das wirklich gut funktioniert und deswegen sehe ich da finanziell gesehen eine zukunft und bin seit dem ipo tatsächlich dabei auch wenn seitdem ich muss tatsächlich gucken weil ich gucke nicht jeden tag in alle aktien wenn ich ganz ehrlich bin ich bin da nicht so früh für ja doch guck mal seit dem ipo sind für immerhin fünf euro gestiegen fünf dollar ja okay kann man ja von coinbase nicht behaupten zum beispiel aber ich auch da war ich auch drin das war aber mehr so ein bisschen hype weil ich mir dachte hey komm vielleicht nimmst du den krypto hype jetzt noch mit aber jetzt der meinung dass man btc auf jeden fall sich angucken sollte weil wenn bitcoin doch noch mal ein pullback in die andere richtung macht der auch stark genug ist damit das coinbase definitiv nachziehen ja das ist ja korreliert sehr stark wenn man auch sieht die coinbase einnahmen also ist wirklich nicht der hype um irgendeinen crypto kurs oder oder shitcoin kurs oder so sondern wirklich das was das unternehmen verdient das korreliert ja ganz stark immer auch mit dem anstieg und dem interesse an bitcoin und es ist nicht so wie manche immer fälschlicherweise denken wo ich sage aufpassen es ist nicht so dass wenn die volatilität einfach nur hoch ist dass so ein unternehmen wie coinbase immer geld verdient extrem viel zum beispiel in so einer marktphase wie jetzt wo der bitcoin auch mal ordentlich nach unten kommt und alle anderen kryptowährungen auch es ist nicht gesagt dass automatisch damit so eine börse wie coinbase damit auch extrem viel geld verdient weil dann müsste es nämlich so sein dass tatsächlich coinbase davon unbeeinflusst ist aber guckt man sich die unternehmenszahlen an sieht man ganz klar wenn der bitcoin tankt wenn weniger interesse allgemein dafür ist dann gibt es eben auch viel weniger handelsvolumen und dann verdienen die auch eben weniger kohle ja sehr viel weniger aber ja okay geil okay roblox bist du eher so ein bisschen bullisch wie sieht es eigentlich aus ich sehe bei dir auch so aber ich übernehme keine garantie war also ich bin kein ja ja logisch das ist sowieso hier mit dazu schreibe ich noch mal ein disclaimer hier drauf ich sehe gerade deine nicht ganz so abgespaced ein kopfhörer wie manche ja irgendwie haben wie sie wie beurteilst du den ganzen so razer kurs er hardware bereich bist du da auch irgendwie so eher aktiv oder denkst du dir das ist schon schwieriger also ich finde das durchaus schwierig also also bei amd bei der hardware bin ich jetzt mit drin weil als der reisen prozessor rauskam und das erste mal benchmarks intel wieder geschlagen haben seit einer sehr langen zeit dachte ich mir so okay das könnte jetzt auf jeden fall so ein turnover sein und mir ist aufgefallen es heißt immer in aktien ist alles also im aktuellen kurs ist alles eingepreist die die meinung teile ich tatsächlich nicht mir ist aufgefallen dass ganz oft ein delay gibt gerade bei so sachen wie nehme amd als beispiel direkt fachmagazine berichten darüber benchmark ja der kurs bewegt sich ein stück bis dann aber bei dem banker ankommt der die entscheidung trifft der überhaupt keine ahnung davon hat ja mal abgesehen von den automatischen systemen die auch viel trading machen die natürlich direkt mitspringen aber bis das halt mal wirklich so in dem ding ist so dass leute davon mitbekommen haben und es fahrt aufnimmt das dauert deswegen hast du tatsächlich in vielen bereichen meiner meinung nach mit dem fachmagazin oder nicht nur mit einem ja du kannst sich ja nicht nur auf eine quelle verlassen aber mit fachmagazin generell und wenn die meinung so in der in der fachwelt gut ist gute chancen immer früh mit dabei zu sein wie auch da immer du wirst nie der erste sein wahrscheinlich und auch nie den dip perfekt treffen und nie das high perfekt treffen aber um geht es auch gar nicht du musst einfach nur oft genug gewinnen und weniger oft verlieren und ja deswegen das war so ein ding so die fachwelt hat sich darüber unterhalten das könnte der neue scheiß sein dann kam so die ersten artikel auf intel versus amd geht amd als sieger hervor und so geschichten und wenn es halt so anfängt dachte ich mir okay dann fängt das so an emotionen mitzuspielen und damit dann auch wollen und kraft und konkurrenzkraft und so weiter und dann dachte ich mir steigst du bei amd ein und das hat sich dementsprechend ausbezahlt auch ich meine amd ist auch gutes stück gestiegen jetzt in der letzten also zeit und bei mir ist das noch gar nicht so lange her ich bin halt erst im jahreswechsel eingestiegen und dann bin ich schon hart zufrieden so und generell ist hardware aber finde ich so ein problem hoher konkurrenzkampf die margen sind nicht so mega geil und das ist halt so ein problem an sich also so ich würde amd wahrscheinlich jetzt auch nicht über zehn jahre halten wenn ich ehrlich bin sondern ich habe mir stop loss nach unten gesetzt ungefähr bei knapp zwischen 65 und 70 dollar irgendwo und wenn es darunter fällt fliege ich halt raus und nehme halt mein geld mit weil ich bis dahin verdient habe dann ist okay aber ich glaube auch mit trailing stop loss dann oder okay genau ja aber ich glaube nicht daran dass prozessor entwickler die margen halten werden können so dass du mal so zu einem zu so einem unternehmen kommen kannst pass auf wie amazon zum beispiel ja amazon oder auch nimm apple von mir aus apple ist so wir machen jedes jahr mehr geld als im vorjahr das ist richtig krass ja wir machen mehr umsatz mehr geld scheißegal wir sind als der größte unternehmen dieser erde und trotzdem machen wir 30 prozent ja diese lüge von ja 50 cent auf einen euro verdoppeln ist ja nicht so schwer wie von 500 millionen auf 100 von 500 millionen auf eine milliarde sagt apple scheiß drauf ich mache aus auch aus 10 milliarden mache ich auch 20 ist mir egal ja und das ist halt so eine geschichte wo ich sagen würde okay geil die machen also du kannst natürlich nicht in die zukunft gucken aber die werden wahrscheinlich nicht nächstes jahr auf einmal 30 prozent verlust machen amd hat schon gestruggelt viele leute in der hardware branche haben schon immer gestruggelt teilweise unternehmen da schon insolvent gegangen chapter 14 oder whatever in den usa sind dann wieder zurückgekommen haben sich neu aufgebaut und die margen sind beschissen der konkurrenzkampf ist super hoch und es gibt immer so einen schönen spruch werse never by company who gives discounts so weil du musst das kann nur geben wenn du dich in einem produktumfeld befindest in dem halt krasser konkurrenzkampf ist und der das produkt halt in den nach hinten steht sondern halt das geld in den vordergrund geht neben zum beispiel apple gibt kein discount ja er ist doch scheißegal die sagen okay unser neues iphone kostet 1300 euro ja okay ja aber ist so ein bisschen ja ist teuer ja aber wir sind apple punkt so dass es halt wert und die leute bezahlen das und das ist natürlich eine image frage und bla 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 woher aber die können die können das halt adobe kann das ja die machen halt für studenten haben die noch so ein programm und so ansonsten gibt kein adobe discount so und dann hast du halt andere unternehmen logitech und ähnliche schmeißen halt ja heute summer sale bla 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 das ist dann immer ein gutes das heißt also der spruch ist natürlich sehr extrem aber das heißt halt schon ja in diesem markt ist super viel konkurrenzkampf so dass du halt auch dich über den preis differenzieren musst und das wiederum sorgt dann dafür dass halt so eine welle gibt im einkommen und im gewinn und spricht da nicht dafür der krasseste in dem markt zu sein und da sehe ich die hardware branche nicht ich kann mir vorstellen dass in fünf jahren logitech ganz oben steht und die auf einmal prozessor rausbringen genauso kann ich mir vorstellen dass in zwei jahren amd kopfhörer rauskommen oder intel und entweder sich zusammenschließen und keine ahnung festplatten machen ja kann ich mir alles vorstellen weil aber das ist dann nicht so dass ich sagen würde da kann kein anderer kommen deswegen ja mitnehmen ja long term ja ich sage ja nicht dass das beschissen unternehmen sind also ne aber schwierig so schwierig zu sagen die sind in zehn jahren geiler als heute was was ich so raushöre oder was ich auch so mitbekomme du es gibt ja also effizienz der märkte gut es ist ein thema für sich es gibt aber einerseits so gibt es halt das was du gerade beschrieben hast es gibt eine es gibt eine information oder oder und dann eine marktreaktion aber es gibt meistens auch irgendwie so ein zeit fenster dazwischen wo jemand so wie du der dann dann irgendwie mit drin steckt dann sagen kann okay das davon kann ich profitieren weil irgendwie bis es der gesamtmarkt mitbekommen hat ist noch eine menge oder ist noch ist manchmal vielleicht reicht ja auch ein paar tage oder paar stunden sogar um mich selber zu positionieren meiner meinung nach gibt es aber auch noch eine andere form von markt ineffizienz die daraus resultiert du hast ja auch am anfang discounted cashflow erwähnt das ist ja so ein aspekt der auch für viele leute am anfang schwer zu begreifen ist wenn damals donald trump twittert was über amazon amazon zahlt zu wenig steuern dann fällt amazon um sieben prozent und das liegt daran dass der markt jetzt annimmt okay amazon wird jetzt in zukunft immer mehr steuern zahlen müssen als jetzt und deswegen ist amazon jetzt sieben prozent weniger wert aber das ist halt manchmal eben wo ich mir dann denke einfach eine falsche analyse in dem moment die der markt macht bestes beispiel ist facebook ja es gibt einen datenskandal oder es gibt irgendwie wieder irgendeinen sehr 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 so emotional symbolischen unternehmen das sagt wir machen jetzt keine facebook werbung mehr und dann schließen sich dann noch so zwei drei andere unternehmen mit dran und dann muss ich immer so schmunzeln weil ich dann sehe okay die facebook aktie fällt jetzt mal wieder um zwölf prozent und ich denke mir so okay in einem halben jahr in einem halben jahr redet keine sau mehr darüber dass sie auf facebook keine werbung machen will weil die brauchen ja die werbung bei facebook weitaus mehr als facebook jetzt auf ein einzelnes unternehmen angewiesen ist was werbung dort schaltet ja und das sind dann so sagen wo ich sage okay der markt preist zwar im im jetzigen moment dass das indirekt richtig ein dass er sagt okay es könnte passieren dass aufgrund dieser unsicherheit wenn jetzt irgendwie die top 500 unternehmen keine werbung mehr auf facebook schalten dann ist facebook tatsächlich weniger wert aber sie preisen manchmal nicht ein dass so irgendwie so innerhalb von den nächsten halben jahr oder einem jahr ist auch alles wieder normal wird wie es davor war und das ist halt schon so oft irgendwie passiert oder absolut generell sind ja so überreaktion normal bestes beispiel alibaba guckte den kurs an ja ich meine ja ich gehe also 29 prozent dip für 2,7 oder 2,8 milliarden dollar umgerechnet strafe die die zahlen mussten ist halt super krass einfach und überhaupt nicht wert ich meine das ist halt irgendwie ein ein dollar und drei cent pro anteil schein umgerechnet also ja und trotzdem dippt die aktie um 29 prozent also schon krass und ja wie du schon sagt da stimme ich da absolut zu diese überreaktion aber auf der anderen seite wenn du es dann schaffst ein bisschen rational mit kopf die da da mitzuspielen und zu sagen okay facebook hat halt hart auf dem deckel in den medien super jetzt steige ich ein weil die zahlen sind ja trotzdem gut so und am ende am ende so hart wie klingt man kann ja auch facebook scheiße finden ja ich finde auch nicht alles cool macht der der typ verdient geld mit den daten so punkt ob man das gut findet oder nicht aber am ende verdient er halt auch die kohle er verdient die kohle facebook ist extrem profitabel wenn du geld verdienen willst ist es wahrscheinlich ein gutes invest aus der perspektive dann wieder die frage der ethik eine ganz andere frage dahinter aber einfach so zahlen basiert psychologie basiert ja überreaktion du kannst den dip kaufen und das passiert wirklich auch naja ich meine alle frage der ethik gut da brauchen wir jetzt gar kein thema aufmachen weil dann haben wir aber ich sehe ich sage immer so wer liest sich denn die datenschutzrichtlinien durch bevor ein konto eröffnet hast du hast du hast du hast du schon zufällig mal den den neuen creator creator newsletter gesehen der gerade von youtube rausgesendet wurde hast du den zufällig gelesen ne also ich habe ich habe den bekommen ja ja ich habe ihn auch bekommen und ich habe ich habe dann mal geguckt okay gucke ich mir doch mal zur abwechslung gucke ich mir doch mal an was da drin steht in den ersten vier bullet points und der erst einer der ersten bullet points war youtube darf ab jetzt videos monetarisieren die nicht monetarisiert sind fand ich interessanter punkt ja und wo ich mir dann immer denke okay krass ich kann mich natürlich auf der einen seite dann irgendwie hinstellen und kann sagen ich finde das alles scheiße und das alles blöd und so aber ich kann auch einfach sagen ja warum nutze ich dann noch youtube wenn ich es mit nichts nicht nutzen will dann höre ich einfach auf ist es ja immer so du kriegst die du 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 zahlst mit den daten dafür dass du etwas umsonst nutzen kannst und wenn du es nicht nutzen willst dann machst doch nicht ja zwingt dich ja keiner aber egal ich will das thema gar nicht anfangen lass uns lieber irgendwie noch so so ein bisschen mal jetzt so am ende so abseits der börse über ein bisschen so finanzen und geld sprechen hast du noch so einen anderen tipp oder ein gedankengang irgendeine erfahrung gemacht in deiner ganzen zeit als youtuber investor unternehmer wo du sagst boah geil das hätte ich gerne schon früher gewusst oder irgendwie so boah ja das kann ich noch mal den den leuten mitgeben was die leute nicht unterschätzen sollten meiner band nach kolder ist so den zinsenseffekt und das hätte ich gerne selber auch viel früher irgendwie da mir das einer einfach mit einem baseballschläger eingetrümmelt hätte weil ich habe zum bekannten der hat mit 16 angefangen wirklich daran schon zu glauben wo alle anderen noch nur saufen gehen ja und ich sage nicht hat man nicht tun soll und so weiter aber der trotzdem schon einfach geld wegzulegen und hieß dann immer so von bei ihm in der familie und so ja wenn du mit 30 100.000 euro hast und bis dahin geschafft hast die zur seite zu legen ganz ehrlich dann wirst du ohne probleme in rente gehen können weil du weil sich das bis dahin lang genug entwickelt und dem würde ich mir heute sagen ja also ich weiß nicht ob 100.000 euro mit inflation und so weiter vielleicht noch reichen vielleicht müssten wir in dem mittag etwas anheben oder super viel geld aber das easy easy outscaled und der war jetzt nicht so der krasse irgendwie unternehmer multimillionär erbe oder so sondern hat einen guten job gehabt im handwerk hat auch gutes geld verdient ja aber war nie rich so in dem sinne ja wie man das so kennt so mit ferrari und so weiter und der hat das halt gemacht und das darf man meiner meinung nach überhaupt nicht unterschätzen wie gesagt tipp meinen taschenrechner wirklich mach den einfach auf und tipp mal 100 euro ein und mach mal mal 1,05 und dann drück einfach mal ein paar mal enter ja dann so 10 mal enter und das ist das ganze noch nicht so spannend dann drückst du mal 20 mal enter und drückst du mal 30 mal enter und drückst du mal 50 mal enter und 50 mal ist dann halt 50 jahre und dann guck mal was dann rausgekommen ist dann bist du halt schon bei summen dafür dass du halt einmal 100 euro weggelegt hast so und jetzt legst du jeden monat 100 euro weg oder von mir aus auf 25 oder wie du kannst mir ist durchaus bewusst auch dass das nicht jeder kann also ist jetzt kein du kannst halt nicht also bist du scheiße mentalität ja aber für manche können halt einfach nicht auf krankheit oder 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 das verstehe ich aber leute dies können vielleicht überlegt euch mal statt irgendwie ins kino zu gehen dann doch den film nachher bei bei netflix zu gucken und dafür halt die 25 euro wegzulegen und einfach eure netflix abo zu nutzen oder so geschichten oder kam kasten billigeres bier zu nehmen oder so und die einfach mal wegzulegen er unterschätzt das nicht das ist halt das ist so crazy wenn mir das jemand das sollten eltern kindern erzählen ja so ganz ehrlich achte drauf legt ein bisschen kohle schon früh weg vernünftig weg nicht nur auf sparkonto wurde minuss zinsen kriegst und so ein scheiß ja und sparplan etf und so muss jetzt nicht mal irgendwie den krassen harvard abschluss haben um das ganze zu checken und jala du hast schon so viel für deine altersvorsorge getan ja das ist schon krass wenn ich mir so angucke manchmal so also mein geburtszeitraum 1985 so in dem in dem zeitpunkt wo ja nicht kleine firmen oder die grundlagen von kleinen firmen geschaffen wurden sondern ganze imperien gebaut wurden und und ich dann so mein vater frage und hast du aktien oder so und er einfach sagt so was dann denke ich mir so diesen fehler darf man selber niemals machen ja ich stehe mir vor wie viel geld ja auch hätte er dann noch zusätzlich gemacht hätte ich nehme diese rechnungen mache ich nicht weil da wird man nur unglücklich sollte man auch nicht tun das ist dann so wie mit den ohr hättest du doch die 20 bitcoins da gehalten ja aber wer hat das wer hätte das schon gemacht das ist vollkommen richtig was du sagst aber ja okay ich danke dir auf jeden fall vielmals und mein respekt den ich habe für euch auf jeden fall kannst du auch gerne deinen kollegen noch geben dass das ihr so wirklich durchgezogen habt und das ist ja eine sache die ich auch den aktionären immer sage auch wenn es mal runter geht weitermachen und 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 genauso ist eben auch bei youtube und bei unternehmerischen sachen es gibt wirklich wenige leute ich habe so ein hobby ich gucke mir manchmal so alte youtube kanäle von früher an sowas wie irgendwie so mystery man wie der hieß oder epic mealtime und so und viele von denen als ich damals mit youtube selber angefangen habe machen jetzt gar keine videos mehr nichts mehr und und es gibt manche wie ihr die eben immer noch vollgas geben ja also großen respekt dafür und dankeschön ja an die zuschauer falls euch das thema interessiert ich habe ich habe natürlich den kanal von pilz mit hier unten noch verlinkt und ansonsten danke ich dir natürlich sehr recht herzlich für das interview heute ja danke auch war ein unfassbar gutes gespräch nicht vergessen aktien mit kopf jetzt abonnieren die glocke drücken und like da lassen und einen kommentar schreiben für den algorithmus unterschätzt das nicht damit hälfte kolja und der soll ja auch nochmal jetzt bald mal die millionen knacken sag ich mach ich mal Da hat noch ein bisschen was zu tun hier. Okay, danke dir. Ciao. Tschüss.